Ihr schaut NLTV. Es ist 1 Uhr morgens hier in München und wir sind mittlerweile 10 Personen, die vor dem Apple Store anstehen für das iPad 2. Wie ihr hier sehen könnt, das Display wurde schon aufgebaut für das neue Gerät. Und hier steht auch da, dass um 5 Uhr erst das Gerät verkauft wird. Von 3 bis 5 Uhr wird der Laden zu sein und ja, hier wird gerade noch aufgebaut. Und ich bin Barashka für NLTV. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Unboxing iPad 2.